Hallo Leute, hier ist euer Solis, Solis im 16. Part von Batman, Return to Arkham, Arkham City. Irgendwie machen wir wieder weiter. Oh sorry, fortsetzen. Jetzt mit den originalen Batman natürlich. Ich muss in den Tresorraum rein, weil wir jetzt mit Catwoman. Weil da haben wir ja aufgehört. So. Okay, wir crashen mal hier runter. So. Ja, hier haben wir aufgehört. So. Okay, warte mal ein bisschen. Doch. Da können wir hier schön hinlaufen. Dann können wir so sagen. Ja. So. Einmal dort. Gehen wir hier lang. So. 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 Schön hoch, Catwoman. So. Jetzt müssen wir darüber. Was war das? Catwoman ist hier! Du glaubst, du kannst dich verstecken. Granate! So. Ich weiß es. Meldung machen. Tiger Zentrale. Tiger Zentrale. Wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Besteht die Tiger 87. Position halten und auf weitere Befehle warten. Ende. Bestätigt. Er richtet an den Schutzbereich. Sichert den Eingang. Catwoman. Catwoman ist hier richtig gut. Catwoman ist hier richtig gut. Catwoman ist hier richtig gut. So. Hier. Gang raus. Wow. Wow. Okay. Jetzt bist du dran. Und Stufenanstieg. Nice. So. Tun wir jetzt mal schnell Stufenanstieg. Ähm. Ops. Das war schon nicht. Ich warte hier. Ähm. Genau. Das verbessern wir gerade mal. Da ist irgendwie jeder. Brav Ivy. Ich kann mich. Okay. Sorry, dass ich jetzt übersprungen habe. Aber. Ich wollte den Schritt weiter machen. Ich wusste nicht, dass sie jetzt reden tut. Deswegen ist uns jetzt schnell gewartet. Nee. Seit wenig Leben. Da sind Ivys Ranken. Hm. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Joa, bin ich auch stark. Okay. Da ist der Tresorraum. Sieht nach nem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich. Wieso lernen diese Leute nie was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen dieser Tigerwachen. Hoffen wir das auch. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung entspringen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich dauerhaft. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten. Mist. Ist das nicht so schlau? Es wird mir ein Vergnügen bereiten, ihr Gehirn zu sezieren, Miss Kyle. Ich hab das bei Jesus schon gedacht gerade. Okay. Ups, das wär halt nicht so... Naja, gut. Das soll man machen. Ach, Mann. Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, Catwoman. Regeln Sie alle Zugänge zum Tresurraum ab. Es gibt dort offenbar einen Eindringling. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ihre Beutezüge enden hiermit. Das gibt's doch nicht. Das ist ja total komisch. Okay. So. So. Das ist ja so. Das ist ja schön. Das ist ja so 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 schön. Komm schon, geh hier raus. Ne, da gibt es nichts, ich muss jetzt wieder einen neuen Stück machen. Komm schon wieder raus, ne, keine Chance. Raus, ich muss doch nicht mal hier so machen, äh, man, ich hatte gerade alle Schlüssel gehabt. Ach man, ich hatte gerade alle Schlüssel gehabt und dann kommt das, also die Zugangskarten, ne, Karten, ne. Umm... Okay? Hey, 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 hey. Okay, hier sind ja keine Spuren. Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Der Bus ist ja zentral, da wo es doch war, oder? So, hier muss ich englisch, ja. Jetzt öffnen wir es aber auch, dass wir uns da wieder wackeln. So, zweitens und drittes. Was ist los? Jemand öffnet den Tresor auf. Ist das eine Übung? Keiner, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung. Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Ja. Ich stehe jetzt so weiter, dass ich das kleine Schuss hatte. Bewegung. Okay, dachte schon, der sieht mich jetzt. Verwundeter, bei meiner Position. So. Zähl ich mal durch. Nein. Bewegung. Ziel gesichtet. Ich wiederhole. Catwoman gesichtet. Ziel verloren. Brücke vor, um zu sichern. Aua. So, jetzt kommen wir aus. Jetzt. So, zwei. Hier, Tiger 54. Wir haben dicht Kontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500 Prozent erhöht. Machen Sie Tausend daraus. Verstanden. Noch drei Sekunden. Zwei. Eins. Oh Gott. Tür auf. Hier ist ein Teddybär. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Oh. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Er teilt hier eine Lektion. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch sieben. Miss Kai. Oh. Soll ich jetzt so schütteln? Oh. 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 An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlberg wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlberg wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batman's Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Ich muss jetzt lang. Ich bin ja auch verlassbar. So. Äh, genau. Ich muss da vorne hin. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Okay. Wir retten Batman. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Seitdem ist die schwierige Woche. Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Okay, wie reiten wir jetzt? Batman. Ähm, wo ist Schlange? Okay. Wo ist denn Schlange? Ich kann Batman nicht sterben lassen. Ich muss ihn finden. Okay, ja klar. Aber ich hab gerade, der wäre für das dort. Deswegen bin ich schon da hingekommen. Aber ich glaub, ich muss den Teil auch. Oder? Was ist hier da? Nee. Was ist das? Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Wie fühlt sich das an, Ivy? Oh. Da ist immer noch böse. Ich verleg' grad, wo ich schlammlos. Wegen Batman. Hey, wo ist Batman? Hey, wo ist Batman? Genau. Genau. Das ist das. Hey, du bist ja doch eigentlich ein schnittes Tier, oder? Nee, das ist ein Stab. Hey. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Okay. Warte, ich hab keine Ahnung. Kann denn nur Batman sein? Ich hab keinem Scher, das weiss ich. Aber... Aber... Ich sehe doch irgendwo das sein. Was ist das? Was ist das? Das Kommen ist durch! Wo ist er denn? Nee? Ich hab keine Ahnung Leute, wo Batman sein soll. Ich hab keine Ahnung, wo Batman sein soll. Ich hab keine Ahnung, wo Batman sein soll. Ich würde leider auch nicht parkiert sein, das blöde. Ah, ich glaub ich muss raus, oder? Ich glaub ich muss raus. Nee, da muss ich lang. Also muss ich da lang. Du musst wohl doch hier lang. Hier war's. Großartig! Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Wehe, du bist schon tot! Ah, okay, hier war das. Mann ey, das ist alles... Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaub ich hab mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Ja, und wir können jetzt wieder Batman spielen. Nice! Und wieder wirst du schon cool, wieder Batman zu zacken. Aber... Oh, so. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia tönen. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Wayne-Tech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Boom ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Okay. Ja, ich muss auch sagen. Das Spiel wurde getroffen. Okay always time guys. Oh he? See? Hm? so leute wir sagen beendet der part des hams hat uns gefallen und im nächsten part waren wir dann das mit den mit den helikoptern und ja wenn ihr nicht abonniert und kommentiert uns am nächsten bei von batman return to arkham city von solace